Puzzle-Freunde aufgepasst. Wer kennt das nicht? Beim Puzzlen wird man immer unterbrochen. Nun kommt die perfekte Lösung für Puzzle-Liebhaber. Der Spezialbilder-Rahmen für Puzzle. Für eine Pause oder wenn Ihr Werk nach langer Arbeit fertig ist, decken Sie das Puzzle mit der bruchsicheren und Anti-Reflex-Kunststoffscheibe einfach staubdicht ab. Nutzen Sie die Rückwand des Puzzle-Rahmens als Tablett. Die Rückwand kann als wackelfreie Unterlage mit vier Auflagepunkten verwendet werden. Das Rahmenprofil ist speziell auf die Puzzle-Stärke ausgelegt und außerdem leicht seitlich ohne Umdrehen zu montieren. Ein Transport und das Aufhängen ist ganz ohne lästiges Kleben des Puzzles möglich. Der Spezialbilder-Rahmen für Puzzle ist in vielen Farben und sechs Größen erhältlich, die sich nach den Standardformaten gängiger Puzzles orientieren. Das Beste ist, wenn Sie Lust auf ein weiteres Puzzle haben, können Sie den Rahmen immer wieder verwenden, weil nichts geklebt wurde. Viel Spaß beim Puzzlen!